Musik Ja, zu wissen, dass ich ein Leben gerettet habe, das Gefühl, habe ich noch nicht gekannt. Da weiß man schon mehr, für was man auf der Welt ist. Nach der Spende, habe ich schon gesagt bekommen, ist es halt ein kleines Mädchen aus Kanada. Wurde dann halt immer neugieriger. Ja, emotional moment. Especially, wenn sie gesagt haben, dass es ein 10-out-10-Match war. Es war perfekt. Alles, was sie uns gesagt haben, war, dass es weit weg war. Und sie sagten mir, dass es ein Mann war. Dann haben sie recherchiert und gesagt, dass viele Donner aus Deutschland kommen. Sie sagten mir, dass ich ihn überhaupt nicht kontaktieren konnte. Er musste mich kontaktieren und wir mussten zwei Jahre warten. Es war schon cool, zu wissen, wer das dann ist. Und habe dann der Hilary erst per E-Mail geschrieben. Ich war schockt, ich habe es nicht erwartet. Aber ja, ich erinnere es perfekt. Wir haben darüber gesprochen und wollten etwas, das uns mehr verbunden hat. Wir haben halt drüber gesprochen, dass wir ein Tattoo machen lassen, dass wir beide dann haben. Wir haben ein Tattoo und ich fand den Spruch, den ich wirklich wollte. Sie hatte den Spruch dann auf Deutsch und ich habe ihn dann auf Englisch machen lassen. Strength is what we gain from the madness we survive. Ja, we talked right from the start saying that we wanted to meet each other. Ja, ich war auf jeden Fall super aufgeregt. Als wir dann in den Raum rein sind, habe ich sie ja gleich gesehen. Das war schon krass, ja. Wir haben erstmal fast gar nichts miteinander gesprochen. Wir waren irgendwie beide, ich sage jetzt mal, geschockt vor Freude wahrscheinlich. Er ist unglaublich. Er hat mir eine zweite Chance gegeben. Ich weiß nicht, warum. Du kannst es nicht in Wörter sagen. Ja, das Gefühl, dass sie das dann dadurch überlebt hat und wieder gesund ist, das ist halt ein Gefühl, das habe ich vorher noch nicht gekannt. Das kann niemand einem wegnehmen. Wenn es nicht für Benedikt war, würde ich nicht hier sein. Ich hätte keine Chance gegeben. Es ist ein unglaubliches Ding zu tun. Du hast jemanden geschaffen. Du hast ihn in Wörter manifesteit, was du? G integriert ja. Du hast ihn nicht gesagt. Du hast ihn mich selbst wie in Wörter. Du hast ihn nicht gesagt. Untertitelung des ZDF, 2020